Ja hallo! Danke, dass ihr wieder hierher gefunden habt. Ich freue mich sehr! Und ich habe mir gedacht, da wir letztes Mal so arg verkackt haben, mache ich das doch gleich nochmal, oder? Ich meine, ich muss doch auch mal probieren. Ich will ja auch mal Kills mehr machen, eine positive Karte, aber nicht so einen schnacken, Kopf vom Lacken. Also so heißt, tut mir leid, ich finde ein X-Player so lustig, wenn ihr kennt, weiß, wen ich meine. Und ich fang nochmal an. Warte mal, wer ist das? Ich fang nochmal an. Hallo Leute! Wer will C4 empfangen? Ich kann die Luft sprengen. Das ist lustig. Komm schon, Leute! Niemand C4? Nur ein Auto. Gibt mir ein Auto! Oh, das sieht doch toll aus! Hallo! Hallo! Dann kann man nicht fahren. Ey, blende mich nicht! Jut! Blende mich nicht! Ich bin ein Waffen mit Null-Rückstoß, aber die gibt es leider nur nicht hier. Leider, leider, leider. Da will ich hoch. Diesmal will ich nur einmal da hochkommen. Das wird die heutige Challenge. Einmal da hoch hüpfen zu können. Wo ist das denn das? E? Achso. Los, auf meine... Oh, äh, ja. Kein Bock. Genau. Oh, ich hab ein Stechen mal an. Oh! In meinem nicht trainierten Bizeps habe ich ein Stechen. Brauchen wir auch das hier so? Hier ist noch ein Auto vorbeigefahren. Auto! Nimm mich mit! Nimm mich mit! Ach, Manu! So! Wenn der ist nur ne ganz schnelle Runde Battlefield! Sobald's vorbei ist, ist es vorbei! So, äh, stopp. Starten! In meinem iPod! Wau, 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 wau! Keine Ahnung, warum ich grad dieses Geräusch gemacht hab. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Hallo, Flieger! Wie geht's dir heute? Mir geht's gut, danke! Danke der Nachfrage! da da der glitsch nicht weg hat seit nämlich nicht mehr alter ich jetzt eigentlich ich das? Nee, gut. In Battlefield 4 ist es, so habe ich gehört. Äh? Ich will Gegner, 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 Gegner. Oha. Gegner, 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 Gegner. Ich brauche ein Fahrzeug, 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 Fahrzeug. Ich habe nicht, dass ich es noch fahren kann. Aua. Ich will aufwechsen. Oh, ich. Alter. Wow, warum ist das denn so? Oh, sie sind mit den Süden gefahren. Äh. Da will ich rein. Bestimmt spaßig da drin. Oh, da sieht man so ein Geschütz. Komm, Fahrzeug. 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 Ich kann das nicht. Oh, ein gegnerisches Fahrzeug. Ich kann den Köln und den mir unter den Nagel reißen. Ich will einfach... Ich komme da nicht drüber. Jetzt kriege ich nie ins Fahrzeug. Das weg. Ich will auch da hoch. Oh, ich kann da oben sparen. Nicht helfen, okay? Nicht helfen. Danke. Du hast dich selbst eliminiert. Ja. Mich kann ich so ein Spawn da. Ich habe sonst Spawn da hochgesetzt. Ach, Mano. Jet. So. Ist auch gut. Jet fliegen. Das letzte Mal war so miserabel. Diesmal muss es ein bisschen besser gehen. Wow. Yeah. Äh. Äh. Aaaaah. Nein. Umdrehen. Nein. Mist. Ich war so kurz vor. Nichts aus. Pech. Genau. Es tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar Mal sterbe und wenn es wieder langweilig wird, aber ich will da hoch. Checkpoint. Komm, ich bin mal da. So. Fahrzeug. Ich will die Runde gewinnen. Probier ich das. Nicht immer hochzukommen. Auch wenn das auch lustig wäre. Oh nein. Oh nein, 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 oh nein. Wahnsinn. Ja, oh nein, 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 oh nein. Das ist so peinlich, was ich mache. So peinlich, dass es mir gar nicht aufhört. So peinlich, dass es mir gar nicht aufhört, also wohl. Hey, ich seh' dich! GroKo? Heißt der GroKo? Au! Ypsilon! Aua! Da sind wir ja noch gemessen! Wie feinlich ist'n das? Neon, was ist denn Nerf? Ähm, Antenne? Antenne! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Yeah! Aber... Mist, ich dachte es ist oben. Oh! Nein, ich wollte keine Luft jagen! Nein! Ah! Mist! Komm, ich hab' meine Tankstelle! Hallo! Und, wie geht's dir heute? Hm? Wie geht's dir? Hallo! Ah! Daneben nicht! Wenn du keinen Bock hast! Ähm, hier sind auch keine Fahrzeuge in der Nähe. Das ist immer wieder Kacke. Rennungs-Auto, Tankstelle, keine Fahrzeuge. Ich dachte schon, wir sind ein Gegner. Weiter geht's! Weiter geht's! Ich folge ihnen! Ich folge ihnen! Der eine Tod war vorher so dumm! Ich bin rausgesprungen, gestorben! Ach, im Übrigen, wer Battlefields hier nicht hat! Ich weiß, das kommt ein Ziemlich kompliziert vor, dass alles die ganzen Punkte, die ganzen verschiedenen Farben, dass alles rund ist, dass alles so gepunktet ist. Ja, es ist am Anfang auch ziemlich schwierig. Aber, es wird mit der Zeit leichter. Ist so! Ist so! Ich hab's mir auch gedacht! Ich hab mir auch gedacht, es wird doch nie leichter! Was labert der da? Aber ist es wirklich so? Okay! Ich hab's mir auch gesagt! Ach komm schon! Wieso kann ich jetzt nicht das C4 in die Luft haben? Dann hätte ich ein Doppel-Ding. Fast! Schwerer Lauf! Ich will auch einen schweren Lauf! Ich kann nicht zählen, wegen dem Rückstoß immer! Vielleicht sag ich mir mal was anderem. Ne, die haben alle noch einen höheren Rückstoß. Aber die hatte ich noch nie! Probier ich mal! Eine Shotgun auf dieser Map! wenn es sein muss ich sterbe ja gleich wieder und habe eine andere Waffe Alter hey fahrzeugkampferfähig gemacht juhu du hast dich eliminiert aber ich habe auch ein Fahrzeugkampferdingsbruch hier was kann ich jetzt noch gut 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 ja 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 aber ich habe einen Punkt Entschuldigung ähm Alter hast du ein Feindgetummel oh mein Hamster trinkt was guter Hamster schön trinken und du nicht verdursten sollst da hinten ist ein Gegner oh es tut Hilfe bei Kill yeah ich habe ein Assist wenigstens wenigstens oh oh Panzer toll und wie ist doch nicht okay tschüss Aua war der jetzt neben mir? das war unfair finde ich aber ich finde immer unfair wenn ich sterbe weil ich noch so ein Noobie bin ich glaube ich bin der schlechteste Spieler den es gibt in diesem Spiel aber egal war gerne im Panzer spawnen klick ich sehe ich gar nichts fetter tat avoir hoppla war ich das er hat hier auf uns geschlossen ouch ok ok dann jemand verloren da wird es wieder so hart aufgekackt haben würde ich sagen null kills okay ich würde sagen dass wir jetzt aufhören bevor es noch peinlicher wird und nächstes mal einfach eine andere runde starten ja mit einer anderen map vielleicht mal ein teamdorfmatch oder so und ja was dann tschau